Ob sie lockerer sind, ist die Frage. René wieder am Zug. Also, wenn Corinna dieses Ding gewinnt, geht der Punkt an die Morgenschuhe. Acht Sekunden, ja. Ist natürlich leichter gesagt als getan. So, Marcel zieht den Nächsten drunter raus. Die Pyramide macht keinen Wackler. Corinna, es wird gezeigt von außen. Zehn Sekunden, die Zeit läuft. Er wagt sich. Neun, zehn, jetzt muss er ausgezogen werden. Zwei. Und damit geht dieser Punkt auch an das Team von Kärten, das Beste, Gellander Morgenschuhe. Dieses Spiel hatte es wirklich in sich. Ja, ich war ziemlich krass zum Schulschrauber. Komm, ich hab's morgen. Ich weiß, schau. Bulliat. Läder.